Ja, grüße euch, ihr seht ja hier jetzt auch wieder eingeblendet, ein weitgehend aufgewachtes Leiden spricht viele wichtige und interessante Themen an, lohnt sich. Ja, das hat dieser Mensch tatsächlich gemacht, nach meinem Dafürhalten, ist aber auch wieder nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern hat mir die Diana zugeschickt und wenn es dann wieder interessieren sollte, dann bitte anschauen bei VK, bei Bitshoot und die sich den Trailer bei Wet News TV anschauen, klar wieder den entsprechenden Link, bla 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 bla, kopieren, Browserzeile raus damit, aber ich denke, was dieser Mensch da dann vom Stapel gelassen hat, ist zumindest in meinen Augen zu 80% voll cool und wenn ihr euch das dann geben möchtet, dann gibt's euch. Tschüss!